Die Rückkehr Verzeihung, kommen Sie aus diesem Haus? Ja. Wohnen Sie dort? Ja. Liegt auf der Treppe ein dicker roter Teppich und hängt im Treppenhaus ein Gemälde von Kaspar David Friedrich? Ja, so ist es. Und steht hinter dem Haus ein alter Nussbaum? Ja, der steht dort. Und wenn man im Herbst auf der Terrasse sitzt, muss man vorsichtig sein, weil die Nüsse runterfallen? Ja, das ist wahr. Und die Gartentür lässt sich nur öffnen, indem man sie gleichzeitig etwas anhebt? Ja, auch das ist richtig. Ja, das war schwierig für ein Kind. Ich erinnere mich gut daran. Es ist unglaublich. Fast nichts hat sich verändert, seitdem ich mit meinen Eltern vor gut 30 Jahren dieses Haus verlassen habe. Ich habe mir oft vorgestellt, eines Tages zurückzukommen. Aber ich bitte Sie, kommen Sie doch rein und sehen Sie sich alles an. Oh nein, danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich muss weiter. Ich wohne nicht sehr weit entfernt von hier. Ich komme ein anderes Mal wieder. Auf Wiedersehen. Wussten Sie schon, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Bundesstaat ist, der aus 16 Ländern besteht? Dass die Bundesrepublik und die Deutsche Demokratische Republik mehr als 40 Jahre nebeneinander existierten? Dass eine Mauer die beiden deutschen Staaten und Berlin 28 Jahre teilte? Dass sie fast so lang hielt wie der 30-jährige Krieg und doppelt so lang wie die Weimarer Republik? Dass Bonn während dieser Zeit die Hauptstadt der Bundesrepublik war und nicht Berlin? Dass man Frankfurt die Hauptstadt des Geldes nennt, weil es über die meisten Bürohochhäuser verfügt und weil dort die wichtigste europäische Börse ihren Sitz hat? Dass in München beim Oktoberfest, das ungefähr zwei Wochen dauert, rund vier Millionen Liter Bier getrunken werden? Und dass zahlreiche Touristen aus aller Welt nach München kommen, um die Deutschen bei diesem Unterfangen zu unterstützen? Im Wartezimmer Mensch, guck mal, da sind mindestens sechs Personen vor uns dran. Dabei haben wir unseren Termin jetzt um halb sechs. Ja. Wollen wir gehen oder bleiben? Wieder gehen hat auch keinen Zweck. Morgen ist es sicher nicht besser. Also gut. Setzen wir uns und lesen die alten Zeitschriften. Hi. Hier ist ein Psychotest. Komm, den machen wir. Ich würde die Zündschnur austreten und dann dem Jungen hinterherlaufen. Du musst dich für eines von beiden entscheiden. Also gut. C. Zweite Frage. Was würden Sie machen, wenn das Licht ausgehen würde, wenn Sie gerade mit einer heißen Suppenschüssel auf der Treppe sind? Ich glaube, ich würde mich hinsetzen und warten, bis die Suppe kalt wäre. Im Wartezimmer. Fortsetzung. Sieh mal, jetzt ist nur noch eine Person vor uns. Das ging ja schneller, als wir dachten. Naja, wir sind auch schon über eine Stunde hier. Aber hört zu. Dritte Frage. Was würden Sie machen, wenn Ihnen Ihr Friseur aus Versehen eine Glatze geschnitten hätte? Ich würde Ihnen ohrfeigen und eine Perücke verlangen. Ich habe dir schon mal gesagt, du musst dich entscheiden. Gut. Wenn das so ist, dann würde ich nur weinen. Vierte Frage. Was würden Sie machen, wenn Sie schon mehr als eine Stunde beim Arzt gewartet hätten? Und man würde Ihnen plötzlich sagen, kommen Sie bitte morgen wieder. Entschuldigen Sie bitte, aber der Herr Doktor muss dringend einen Patienten besuchen. Könnten Sie bitte morgen wieder kommen? Ich werde verrückt. Das kann doch nicht wahr sein. Sag schnell, was sind die drei Möglichkeiten? A. Nach Hause gehen. B. Krach schlagen. C. Laut anfangen zu stöhnen. Komm, ich hab's satt. Gehen wir. Ein gemütliches Abendessen. Mahlzeit. Ihr habt schon angefangen? Na klar. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt. Mensch, sei still. Es ist ja schließlich nicht meine Schuld, wenn ich einen Platten habe. Typisch. Du hast natürlich den ganzen Schinken schon aufgegessen. Kommt. Hört auf, euch zu streiten. Es ist noch welche in der Küche. Oh, das ist gemein. Du hast mir gesagt, das wäre die letzte Scheibe. Die letzte für dich. Das ist etwas anderes. Du hast deinen Teil gehabt. Du legst für ihn immer die besten Stücke zurück. Erst kommt er zu spät und dann wird er auch noch verwöhnt. Tue nicht so, als ob du verhungern würdest. Wenn ich richtig gezählt habe, hast du mindestens drei Schinkenbrote, einen Rollmops und zwei saure Gurken gegessen. Mach doch mal das Fernsehen an. Es ist fünf vor acht. Die Tagesschau beginnt gleich. Hatschi. Gesundheit. Sind Sie erkältet? Na, hören Sie mal. Das würde mir ja gerade noch fehlen. Hatschi. Na also, dann niesen Sie ja schon wieder. Sehen Sie, das ist sicherlich der Anfang einer Erkältung. Ich versichere Ihnen, ich bin noch nie krank gewesen und ich habe auch nicht die Absicht, es zu werden. Na, dann haben Sie eben einen Heuschnupfen. Einen Heuschnupfen? Ich? Das ist ja die Höhe. Jetzt soll ich auch noch allergisch sein. Aber da ist doch nichts Schlimmes dran. Das passiert vielen Leuten. Was gehen Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten? Hatschi. Hatschi. Gesundheit. Und ich bin sicher, dass es ein Heuschnupfen ist. Hören Sie, könnten Sie mich nicht endlich in Ruhe lassen? Aber natürlich. Wenn Sie es vorziehen, wenn Sie es vorziehen, allein zu sein. Da wir nun einmal in Deutschland sind, das ist die beste Art Land und Leute gründlich kennenzulernen. Na, meinetwegen, mir soll es recht sein, solange du nicht von mir verlangst, das Gleiche zu tun. Übrigens schmeckt das gar nicht so schlecht. Übrigens schmeckt das gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Das wundert mich nicht. Du warst schon immer ein großer Fleischfresser. Aber halte doch bitte dein Wurstbrot nicht direkt unter meine Nase. Jetzt übertreibe mal nicht. So schlecht riecht das auch nicht. Nebenbei bemerkt, du tätest vielleicht auch gut daran, einige Sitten und Bräuche zu übernehmen. Sieh da, sieh da. Denkst du an etwas Bestimmtes? Nicht direkt, aber sind dir auf unserer Fahrt die vielen Blumenkästen vor den Fenstern und auf den Balkons aufgefallen? Ja, das sind sie. Sie sehen wirklich wunderschön aus. Und hast du auch bemerkt, wie die deutschen Fensterscheiben in der Sonne blitzen? Ja, und ich habe mich gefragt, ob wir unsere nächsten Fensterscheiben nicht in Deutschland oder der Schweiz blitzen. Bestellen sollten. Ich weiß nicht von Ihnen, aber ich muss weiter. Ich wohne nicht sehr weit entfernt von hier. Ich komme ein anderes Mal wieder. Auf Wiedersehen. Wussten Sie schon, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Bundesstaat ist? Liegt auf der Treppe ein dicker, roter Teppich und hängt im Treppenhaus ein Gemälde von Kaspar David Friedrich? Ja, so ist es. Und steht hinter dem Haus ein alter Nussbaum? Ja, der steht dort. Und wenn man im Herbst auf der Terrasse sitzt, muss man... Unglaublich. Fast nichts hat sich verändert, seitdem ich mit meinen Eltern vor gut 30 Jahren dieses Haus verlassen habe. Ich habe mir oft vorgestellt, eines Tages zurückzukommen. Aber ich bitte Sie, kommen Sie doch rein und sehen Sie sich alles an. Oh nein, danke. Das ist sehr freundlich. Die Rückkehr Verzeihung, kommen Sie aus diesem Haus? Ja. Wohnen Sie dort? Ja. Vorsichtig sein, weil die Nüsse runterfallen? Ja, das ist wahr. Und die Gartentür lässt sich nur öffnen, indem man sie gleichzeitig etwas anhebt? Ja, auch das ist richtig. Ja, das war schwierig für ein Kind. Ich erinnere mich gut daran. Es ist unglaublich.